Grüß zum ersten Mal klassisches Boxen, auch in diesem Ort vergangenen Ründlich, wir werden es erleben. In der roten Ringecke, unseren Biker, den man immer nur die Schere nennt, Richard Ritchie Sauer! Richard Ritchie Sauer! Ich weiß, die Emotionen kommen jetzt wohl. Bitte grüßt nicht am Käfig, ganz wichtige Ansage. Haltet euch etwas zurück, Distanz, und dann kann es gleich losgehen. Wir begrüßen nun den mehrfachen Iron Man, Herman, Canyon Man. Sie nennen nur Richard Ritchie Sauer. Er kann alles anbleiben. Putzen, alles gerade anschrauben, frisieren. Und es ist einfach schön. Begrüßt mit einem riesen Applaus von Harry Davidson aus Bielefeld. Dir, The Beast Ever! Luka! Luka! Wer das zweite Mal hat im Untergangsleiter Gaspol? Nein, Ritchie ist das erste Mal dabei. Am letzten Kampagne verloren, aber das war eine gebrochene Nase im Riesn. In seiner Ecke ist sein ehemaliger Gegner Lukas. Für den großen Verlangenbruch, Tato Giannis, in seiner Ecke Coricci. Dankeschön. Auch ein Boxlinger aus Bielefeld. Okay, kommen wir hier zusammen. Sehr ruhig. Bitte noch ein Fahrzeug, das ist ein Pferdwerb. Das letzte war noch gar nicht nützlich, nach einer Fahrzeug, das ist jetzt bitte ein Pferdwerb, sonst kommt die Polizei in Schiedmannschaft. Also, es ist soweit! Wollt ihr sie kämpfe sehen? Grunde eins Plätschereid du Landmann! Plätschereid vor Main croßen des den Streit des Das sind wo Herr große das hat ask Rud S milliseconds Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja.